Das Wokitalki bleibt aus, denn das Funksignal ist komplett down Keiner kann die Zeichen des anderen empfangen Da rennt sich die Signale umeinander schlangen Und sich gegenseitig im Keim ersticken Bis wir keine leuchtende Lampe mehr auf dem Gerät erblicken Und irgendwann wird unser Signal nur noch zum Pfeifen Bis wir neben den Nerven und der Hoffnung auch noch die Färbung wegschmeißen Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Unsere Verbindung tot, das Gerät leuchtet bereits rot Das Signal zwischen uns beiden wird nicht mehr vereint Und somit ist die Fähigkeit zuzuhören Dem Untergang gewalt und wurde wieder einmal geschwiegen Und nicht gesprochen merkt man sofort Die Verbindung ist wieder einmal unterbrochen Und das Plastik fliegt im hohen Bogen Denn unsere Worte fehlen oder sind zum größten Teil gelogen Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Aber was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Aber was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Aber was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Was bedeutet das, wenn unser Signal so laut ist? Vielen Dank.